Geld ist wie ein jonglierter Stab. Manchmal fällt er, aber du kannst ihn wieder auffangen. Schulden sind wie ein dunkler Schatten. Du verfolgst dich, bis du dich ihnen stellst. Investieren gleicht einer Wunderthöte. Du weißt nicht, welchen Schatz du finden wirst. Rente ist wie ein Kuchen im Ofen. Du musst sicherstellen, dass er nicht verbrennt, bevor du ihn genießen kannst. Geld ist wie ein treuer Begleiter. Er beschützt dich in stürmischen Zeiten. Virales Teilen ist wie ein Tornado. Es kann dich in die Höhe heben oder zerstören, je nachdem, wie du es lenkst. Mobile-Werbung ist wie ein fliegender Pfeil. Er reicht sein Ziel, wenn du die richtige Richtung wählst. Immobilien sind wie Grundpfeiler des Vermögens. Sie bieten langfristige Stabilität und Wohlstand. Kryptowährungen sind wie digitales Gold. Ihr Wert steigt und fällt, aber Chancen sind grenzenlos. Der Aktienmarkt ist wie ein wildes Tier. Er kann dich bereichern oder verschlingen, je nachdem, wie du ihn behandelst. Ein Unternehmen aufzubauen ist wie ein Abenteuer. Es erfordert Mut und Entschlossenheit, aber die Belohnungen sind unbezahlbar. Versicherung ist wie ein Schutzschild. Es bewahrt dich vor schweren Katastrophen und Unglück. Steuern sind wie ein Rätsel. Sie können komplex sein, aber kluge Steuerplanung kann Geld sparen. Nachhaltigkeit ist wie ein Samen. Wenn du ihn pflegst, wächst er zu einem finanziellen Baum heran. Unternehmen wachsen wie Bäume im Wald. Mit Pflege und Strategie erblühen sie hervorragend. Finanzielle Hürden sind wie hohe Mauern. Aber mit dem richtigen Werkzeug können sie überwunden werden. Kosteneffizienz ist wie ein kluger Schachzug. Sie maximieren ihre finanziellen Ressourcen. Crowdfunding ist wie ein Gemeinschaftsgarten. Gemeinsam pflanzt ihr die Samen des Erfolgs. Gesundheitskosten sind wie ein unkontrollierbarer Fluss. Aber mit Vorsorge und kluger Planung kannst du den Kurs bestimmen. Erbschaftsplanung ist wie ein Vermächtnis. Du gestaltest, wie deine Geschichte weitergeht. Karriereentwicklung ist wie eine Reise. Du bestimmst den Weg zu deinem beruflichen Erfolg. Finanzielle Unabhängigkeit ist wie ein Flug. Mit klaren Zielen kannst du abheben. Altersvorsorge ist wie eine Reise ins Unbekannte. Du bereitest dich vor, um im Alter gut versorgt zu sein. Schulden sind wie ein Ballast. Du kannst sie abwerfen und finanzielle Freiheit erlangen. Unternehmensfinanzierung ist wie ein Schlüssel. Eröffne Türen zu unternehmerischem Wachstum. Eröffne Türen zu unternehmerischem Wachstum. Eröffne Türen. Duuma Türen. Eröffne Türen. Wir können sie abheren, wie ein Schlüssel. Wir können sie abheben, wie ein Blatt zu finden. Wir können sie abheben. Vielen Dank.